Es geht nochmal richtig viel auf und jetzt kann er sein Toro reiten. Das ist 3 zu 2, besonders. Das ist dann schon nochmal klasse zu sehen, wie der anzieht. Und das ist dann schon nochmal ein deutlicher Unterschied zu dem, was wir in den letzten Minuten gesehen haben. Einmal den Toro eingeschaltet, haben wir eben schon ein, zweimal gesehen oder angedeutet gesehen. Und der riecht da hier perfekt auf. Das ist das, was ihn auszeichnet, den Franzosen. Und bedient hier. Perfekt, Mario Gomez. Blitzartig die Drehung. Dann der Blick nach oben, der muss nicht auf den Ball gucken. Nein, das muss der nicht. Der muss nur zusehen, wo sein Mitspieler ist. Und dann die Führung jetzt, durch Gomez.